So, einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Elisabeth Finzger und ich darf Ihnen hier die Kompaktausgabe vorstellen. Die Kompaktausgabe wurde vor 10-15 Jahren von mir gemeinsam mit Veritas mit großer Freude ins Leben gerufen, weil wir hier endlich etwas anbieten können, das für Kinder, die sich schwer tun, wirklich gut geeignet ist. Und kompakt, hands-on als Buch und on point mit der Kompaktausgabe und gemeinsam mit den anderen Büchern der Reihe Mathematik ist innere Differenzierung hier sehr leicht geworden, auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, es gibt in der Reihe Mathematik drei Bücher, sie sind hier ausgestellt auch, die Kompaktausgabe, das Schulbuch und das Übungsbuch. Alle drei Bücher haben die gleiche Kapitelstruktur, alle drei Bücher können in irgendeiner Form gemeinsam verwendet werden, zum Beispiel Kompaktausgabe und Übungsbuch oder eben eine andere Variante. Zusätzlich, also diese Bücher gibt es ja schon seit über zehn Jahren, zusätzlich neu sind dazugekommen Erklärvideos und GeoGebra, Flinklinks in GeoGebra können Sie auch in der Kompaktausgabe finden. Wozu haben wir die Kompaktausgabe gemacht? Ja, ich habe 40 Jahre mit Kindern gearbeitet, die sich schwer tun und so weiter und aus diesem Grund hat sich das auch entwickelt, dass ich mir gedacht habe, wir brauchen etwas, wo, ein Buch, wo diese Kinder wirklich immer die Kompaktausgabe finden. Für Kinder, die sich schwer tun. Denn im ganzen Buch, das gesamte Buch bietet Aufgaben nur auf niedrigem Niveau. Der Vorteil für Sie, wenn Sie das für diese Kinder verwenden, Sie müssen nicht extremer durchschauen, ist das geeignet, ist das nicht geeignet. Es sind die Beispiele wirklich für die Kinder geeignet. Es ist wirklich alles abgedeckt. Es sind alle Lehrplaninhalte abgedeckt. Wir haben auch jetzt die Kompaktausgabe wieder erneuert. Wir haben auch den neuen Lehrplan hier genauso eingearbeitet wie in allen anderen Büchern. Es kann aufgrund der gleichen Kapitelstruktur für gemeinsam mit den anderen Schulbüchern verwendet werden, zum Beispiel gemeinsam mit dem Übungsbuch. Das stelle ich auch dann noch kurz vor. Und aufgrund dessen sind keine oder auf jeden Fall wesentlich weniger zusätzliche Arbeitsblätter notwendig. Und gerade Kindern, die sich schwer tun, für die ist es wichtig, dass sie so wenig Material wie möglich haben, weil sie ja immer wieder Probleme haben, ihre Sachen zu finden und so weiter. Und der Leitgedanke dieser Kompaktausgabe, warum ich das irgendwann einmal begonnen habe, war, ich möchte eine positive Grundeinstellung bei den Kindern fördern, damit sie einfach lernen. Ist ja doch eh nicht so schwierig, die Mathematik. Ich kann es ja eh. Und das gelingt schon mit der Kompaktausgabe dann ganz gut für diese Kinder, die sich so schwer tun. Sie haben Erfolgserlebnisse, sie haben Selbstbewusstsein und der Grundsatz ist dem, viel fördern, leicht fordern, muss man immer irrsinnig aufpassen und nicht überfordern. Denn in dem Moment, wo sie überfordert sind, steigen sie wieder aus und es wird dann immer schwieriger, das Ganze. Die Umsetzung des Ganzen. Ich habe immer wieder ein paar Beispiele herausgenommen. Das Ganze geht in kleinen Schritten. Die Beispiele hier zum Beispiel. Es ist eine ganze Nummer nur Dekagramm, nur dieser einzige Gedankengang. Die andere Nummer nur Kilogramm Dekagramm, nur dieser einzige Gedankengang. Eine ganze Nummer durchgeht. Es sind bekannte Inhalte, wenig Neues kommt dazu. Und was auch wichtig ist, ein geringer Rechenaufgang, Aufwand, kleinere Zahlen und die Texte wirklich einfach gestaltet. Ich möchte auch jetzt noch zeigen bei der Kompaktausgabe, wie ich mir manches vorgestellt habe oder wie meine Gedanken dazu waren. Alles, was drinnen ist, wurde von mir im Unterricht auch umgesetzt. Also alle diese Sachen habe ich selber im Unterricht verwendet und umgesetzt. Bei den Maßumrechnungen zum Beispiel haben wir begonnen mit einem Rechteck, sieben mal ein Zentimeter. Einteilen in sieben kleine Quadrate. Links gehen wir ein bisschen was dazu, weil Kilometer gibt es ja noch ein bisschen mehr von dem Ganzen. Dann tragen wir das Ganze ein, färben das Ganze. Dann machen wir in die eine Richtung die Multiplikationspeile, in die anderen die Divisionspeile. Von größeren weniger, von kleineren mehr. Sie kennen ja das eher alles, diese Gedankengänge. Und mein Gedankengang war dann der, das ist im Buch drinnen. Als nächstes machen wir das Entschuldigungsheft. Als nächstes machen wir das Zuhausepunkt. Versuchst, Zuhausepunkt alleine zu machen. Wenn nicht, schau nach Entschuldigungsheft und zeichnest es noch einmal. Als drittes, entweder in der längsten oder übernächsten Stunde, zeichnen wir das Ganze noch einmal, ohne nachzuschauen. So lange, bis das Bild im Kopf bei den Kindern fertig ist. Und wenn das Bild fertig ist im Kopf, wenn sie es drinnen haben, dann fragen sie, Frau Witzka, kann ich das bei der Schularbeit vielleicht auch zeichnen, damit ich Ihnen das merke? Und natürlich kannst du es zeichnen. Das ist ja das Gute daran, dass du es im Kopf hast. Die zeichnen das im Schularbeitsheft hinein und plötzlich funktioniert das mit den Umrechnungaufgaben. Ein weiterer Gedankengang ist noch, Umrechnungen ab dem Zeitpunkt, wo wir das Komma haben, nur mehr mit Komma verschieben. Nichts mehr mehrnahmig. Aus dem ganz einfachen Grund, in der Wirtschaft gibt es nichts mehrnahmiges mehr. Es gibt in der Wirtschaft keine Angabe Millimeter, 3 Meter, 7 Zentimeter. Das sind 3,07 Meter, alles andere existiert nicht mehr in der Wirtschaft. Und warum sollen wir mit den Kindern etwas machen, was in der Praxis dann eigentlich fast nicht mehr vorkommt? Oder genauso bei den Raummaßen. Es gibt in der Praxis keine 7 Kubikmeter und 3 Kubikdezimeter. Ein Raummaß ist das Ergebnis einer Multiplikation und da gibt es nichts mehrnahmiges mehr. Und darum haben wir das mehrnahmig komplett weggelassen. Was ich auch hier zeigen möchte, was immer ein Problem ist, ist Zentimeter, Milliliter, Kubikdezimeter, Liter. Ja, wie ist denn da, um Gottes Willen, der Zusammenhang? Ich habe ihn mit 18 Meter gekostet, weil mir hat das keiner gesucht zu ihm geführt. Ich habe ihn nicht behauptet. Ich habe mir dann einfach diese Tabelle mal gezeichnet und habe mir gedacht, ja, so einfach ist das eigentlich. Ich mache diese Tabelle, dann sehe ich den Zusammenhang und dann geht das Ganze schon wieder wesentlich leichter. Ja, zum Dividieren, das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Erstens einmal, ab heuer oder nächstes Jahr lernen die Kinder in der Folgeschule das Dividieren durch einen zweistelligen Divisum nicht mehr. Das ist in die erste Klasse, eine Mittelschule oder AHS gewandert. Da beginnen wir, heuer vielleicht noch nicht, aber ab nächsten Herbst ganz neu. Und auch da wieder das Ganze dividieren, zweistellige, der Wiese um Gottes Willen, ich kann mich nicht rausfinden, und vor allem ist noch alles viel zu schwierig und so weiter. Wissen Sie. Und ich habe da etwas entwickelt, eigentlich aus dem Grund, weil ich die Kinder aus anderen Ländern beobachtet habe. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass wir in Österreich eigentlich die Kinder am meisten von allen quälen. Dass wir das schlimmste System haben und dass wir eigentlich am wenigsten auf die Kinder eingehen. Und ich habe das Ganze dann so gemacht. 27 geht in 167. Keine Ahnung. Wissen Sie. Die Kinder haben das Zahlengefühl oft nicht. Okay, dann sage ich zu den Kindern, probiere es einmal. Wenn du überhaupt nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann nimm den Fünfer, der ist in der Mitte, da weiß man dann, wie es weitergeht. Ich rechne zum Beispiel 27 mal 5, das ergibt 135, dann sehe ich, das ist ja doch um einiges kleiner. Na, dann mache ich eine zweite Nebenrechnung bei 6, das ergibt 162. Ah, super, 162 ist eh nachher bei 167. Okay, 6er hinschreiben, die 162 auch hinschreiben, subtrahieren, der erste Schritt ist erledigt. Manche Kinder haben bis zu viel Rechnung am Beginn, bis sie langsam ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Aber das stört meistens die Lehrer, da muss man ja so viel schreiben und da schreiben wir die Kinder so viel mit tun. Die Kinder stört das nicht. Die schreiben sich ihre Rechnungen auf und dann ist eben der nächste Schritt, 27 in 54. Ich mache mir wieder die Nebenrechnung, probiere es einmal mit 2, weil das eine niedrige Zahl ist. Ja, super, das geht sich aus, ich kann es hinschreiben und die Sache ist erledigt. Der Vorteil ist der, wenn zum Beispiel das Ergebnis aus drei Ziffern besteht, habe ich meistens bei der dritten Ziffer fast alle Rechnungen schon dort und ich brauche eigentlich nur mehr nachschauen, ja, wo ist denn jetzt eigentlich meine richtige Multiplikation, die ich dann gleich hier verwenden kann. Das ist für die Kinder eine wesentliche Erleichterung. Ich kann mich erinnern, wie oft Kinder zu mir gesagt haben, wieso hat uns das unsere Volksschullehrerin nicht gesagt, wieso haben wir uns das so geplagt und sie sagen uns, dass das ja eh um so vieles leichter geht. Und das war dann auch der Grund, wo ich mir gedacht habe, ich muss das eben gut verpacken, wenn das die Erfahrungen so gut gehen. Es ist einfach, die Kinder haben auch Probleme mit dem Zurückrechnung, wenn sie da zurückrechnen müssen, 6 mal 7 ist 42, da steht da der 6er, dann da der 7er und da das Ergebnis, das ist für sie schon eine Form von Überforderung. Wenn ich aber da hier die Multiplikation mache, das ist etwas Bekanntes, dann brauche ich nur die Zahlen drüben hinschreiben und subtragieren, das ist auch etwas Bekanntes und das funktioniert schon. Und so kann man auch mit zweistelligen Divisoren eigentlich relativ gut arbeiten. Ich habe aber im Buch schon darauf geachtet, dass die Zahlen hauptsächlich sich im Bereich bis 30, 40 bewegen. Wir müssen ja nicht übertreiben mit diesen ganzen Sachen. Was auch in diesem Buch, worauf ich sehr viel Wert gelegt habe, ist die optische Lasche, Flächenberechnung. Da kommt jetzt raus, 13 Quadratzentimeter bei den Beispielkeiten, die Kinder können sich darunter nichts vorstellen. Wenn ich aber jetzt zu den Kindern sage, entweder zählt so, was dann und schaue, was rauskommt und rechne nachher oder umgekehrt, ist ja völlig wurscht, dann zählen wir sie mal durch, 6 und 6 ist 12 und 2 halbe Kasten dazu ergibt 13. Dann kann ich mir ein bisschen was vorstellen. Oder hier, die 3 ganzen sind einmal 9, dann habe ich hier 6 halbe, sind wieder 3 ganze, sind es 12. Und dann bleibt mir da noch das Zwutschchen übrig und dann schauen wir mal, ja, okay, das ist ein Viertel. Und da kann ich dann gleich wieder wiederholen, ja, ein Viertel, wie heißt die Dezimaltreinzahl dazu? Keine Ahnung, wir haben es wieder vergessen, macht auch nichts, tun wir 1 dividiert durch 4 rechnen, wiederholen wir es wieder und irgendwann geht es dann eigentlich doch ganz gut. Und da ist auch zum Beispiel wieder im Buch eine ganze Seite, nur mit diesen Beispielen, dass man da ein bisschen reinkommt, dass man ein Verständnis für Fläche entwickelt, müssen Sie sagen. Lebenspraktische Aufgaben, Maßumrechnungen, viele Bücher, Maßstab so und so, Wirklichkeit und Zeichnung oder umgekehrt, Angabe in der Zeichnung, Wirklichkeit, Rechnung, umschreibt das Ergebnis hin. Wir machen es anders in der Kontaktausgabe, Länge und Breite abmessen, dann Maßstab 1 zu 100, umrechnen in Wirklichkeit, dann überlege ich mir, kann es das geben, kann das Badezimmer wirklich diese Masse haben? Das ist ein kleines Badezimmer, da ist nur eine Dusche oder ein Waschbecken, kann das stimmen, wie ich umgerechnet habe? Wieder eine ganze Seite, hier immer zwei Beispiele mit gleichem Maßstab, das linke mache ich in der Schule, das rechte gebe ich zur Hauptsichtung. Das ist jedes Mal ein anderer Maßstab, aber immer wieder Angaben, Maßangaben, die der Realität und meiner Lebensmittel entsprechen. Ja, der Lehrplan hat sich geändert, es mussten neue Inhalte eingearbeitet werden und natürlich habe ich mich bemüht, das Ganze wieder in wirklich leichter Form zu machen. Es ist ein bisschen wie Knobeln, dass Möglichkeiten darstehen oder ein bisschen... Hier zum Beispiel, es werden drei Eissorten angeboten, die Eissorten können jeweils mit Waffeln oder Schlagobers gekoppelt werden. Wie viele Möglichkeiten hast du, wenn du hier der Lokalbesitzer, wenn du da der Silvio bist, wie viele Möglichkeiten hast du, um das anzubieten? Und dann kommt man eben drauf, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, Ich habe selbst Möglichkeiten und das wird in der Mathematik auf diese Art und Weise durch eine Klammer dargestellt. Also ich habe selbst Möglichkeiten. Ist überhaupt nicht schwierig, das schaut fürs Erste, wenn wir es nicht gewohnt sind, wenn wir noch nicht damit gearbeitet haben, ein bisschen seltsam aus, aber das geht gut mit Kindern. Was auch neu dazu gekommen ist, bis jetzt war immer der Mittelwert in der ersten Klasse schon. Aus der vierten Klasse sind diese Begriffe, Sie sehen sie hier, neu dazugekommen. Wir haben wieder versucht oder ich habe wieder versucht in diesem Buch, das Ganze so leicht und so einfach wie möglich einzuarbeiten, damit die Kinder das wirklich gut verstehen. Was auch neu noch dazugekommen ist, ist das Probleme lösen. Das kann man wirklich wie Knobeln bezeichnen jetzt. Das heißt, wenn man den Kindern zeigt, arbeite ich Satz für Satz durch, dann wird es was. Also das habe ich oft, dieses Beispiel habe ich oft mit den Kindern gemacht, ich mag es immer so in Stunden vor Weihnachten oder so, da ist Probleme lösen, dann letzte Stunde vor Weihnachten zum Beispiel. Lea und Max liegen auf gleicher Höhe. Okay, das sind die beiden, wir wissen aber nicht, wer der Lea und der Max ist. Rechts von Max schwingt Paul, hilft man noch immer nicht weiter, ich weiß noch immer nicht, wer der Paul ist. Adrian wird gleich anschlagen und gewinnen, das hilft mir jetzt. Wenn das der Adrian ist, dann ist das der Paul und dann kann ich auch den Leo und den Max zuordnen. Und wenn wir den Kindern zeigen, wie wir uns Satz für Satz durcharbeiten, kurze Sätze, wenig Schachtelsätze, dann geht es. Und dann habe ich nur mal den Keri und den Tino neu dazugekommen und jetzt sind wir soweit, sind die Lernvideos, wo sie da die Frage geschildert haben. Es gibt Co-A-Codes in diesem Buch und zwar zwei Formulierungen. Wenn da steht Video, dann haben wir ein Lernvideo in einfacher Sprache, mit ganz einfachen und extrem langsamen Erklärungen und gerade diese Lernvideos gibt es genauso im Buch Mathematik. Aber hier kann man nicht sagen, wenn wir darüber geredet haben, die Lernvideos, diese hier sind besonders für Schüler zugeschnitten, die sich schwer tun. Ein Schüler, der sehr schnell vor Begriff ist, wird vielleicht darüber nicht so übermäßig glücklich sein, aber Kinder, die sich schwer tun, tun sich leichte. Wichtig ist nur, entweder ich sage, die Videos schaut ihr euch zu Hause an oder es ist mit Handy erlaubt, dann müssen sie natürlich einen Kopfhörer haben, wenn sie sich in der Schule das anschauen. Das muss halt dann genau übernimmt werden. Aber zum Beispiel, wenn ich sage, für die Hausübung, wenn du irgendwas vergessen hast, schau nach, vielleicht hilft dir das Video, vielleicht geht es dann leichter, dass du die Hausübung umlösen kannst. Ganz langsam und wirklich, wirklich einfach und mit sehr ruhiger Stimme gesprochen. Also wirklich auf diese Kinder zugesprochen. Sprechen Sie drauf oder? Bitte? Sprechen Sie drauf oder? Nein. Aber doch kurzfristig einmal überlegt. Aber das ist eine Kollegin, aber die hat auch eine sehr angenehme Ruhe gestimmt. Und was auch neu dazugekommen ist, hier sieht man es, hier zum Beispiel bei diesem Thema gibt es ein Video und einen Flinklink. Dieser Flinklink ist von Georg Gebra, das kennen Sie vielleicht, Georg Gebra, das ist Ihnen vielleicht bekannt. Das sind von außen, wie sagt man, zugekaufte oder? Ja, es gibt ein paar, nein, ich habe nicht einmal zugekaufte, das ist von der Käptung in Lins, die Hauptteilung, ich weiß es gar nicht, die Didaktik. Die haben so mit Studenten zusammen solche Anleitungen, so schrittweise Anleitungen für Gegeber entwickelt, die sehr einfach, sehr anschaulich, sehr gut. Und also diese Sachen, ich habe alle durchgeschaut, also hier im Buch Mathematik sind etwas mehr drinnen, aber alle, die zu schwierig waren, musste ich weggeben, also die habe ich weggegeben. Ich habe wirklich nur die gegeben, wo ich mir gedacht habe, na, das könnte sinnvoll sein oder das könnte wirklich dann ideal sein für die Kinder. Weil ich weiß aus Erfahrung, gerade bei Kindern, die sich schwer tun, je mehr Medien ich anbiete, desto mehr sind sie überfordert. Es ist vielleicht für manche auch das dann schon möglicherweise dann ein bisschen an der Grenze. Es ist wirklich verlassen, also im Buch selber kann ich mich drauf verlassen, dass, ich habe vielleicht da unten am Schluss immer vielleicht ein bisschen ein schwereres Beispiel, aber es wird ganz langsam schwieriger bei den Beispielen und es ist, der Großteil ist wirklich gut machbar und vor allem in der Praxis auch wirklich ausprobieren, das Ganze. Ja, jetzt kommen wir zum Übungsband, da haben wir glaube ich noch eine Frage. Beim Übungsband habe ich wieder die gleiche Kapitelstruktur wie die Kompackbausgabe. Ich habe nur hier immer sozusagen das ganze Buch durchgehend eine rechte Seite und eine linke Seite. Und die linke Seite, die grüne Farbe, grün ist die Hoffnung, ist für die Kinder, die sich schwer tun, damit sie einfach üben können. Und hier auch als Erleichterung, ich habe in sehr, sehr vielen Fällen, die grüne Seite habe hier auch ich gemacht, einfach Beispiele aus der Kompacktausgabe genommen und entweder nur die Zahlen verändert, den Text leicht verändert, keine großen Veränderungen. Es, wirklich fast alle Beispiele finden sie auch irgendwo in der Kompacktausgabe. Wenn das von den Kindern geübt wird, ist das eigentlich wirklich übenhin bekannt. Und es ist ja dann doch auch oft so, dass die Kinder sagen, sie wollen dann vielleicht doch einmal schwierige Sachen probieren, weil jetzt bin ich so gut, jetzt habe ich so viel geübt, jetzt kann ich das so gut und jetzt schaue ich mir die schwierigeren Sachen an. Die linke Seite sind durchgehend schwierigere Beispiele, die man vielleicht dann manchmal einmal gemeinsam macht, damit man es nicht schaust, so gehen schwierigere Beispiele. Hier reicht es. Da habe ich gesagt, möchte ich sagen. Das war vorbei. Was habe ich gesagt? Rechts ist die leichtere Variante. Das kommt davon, wenn man ein gewöhntes Lebenswender ist. Ich habe mein ganzes Leben lang durch und rechts und links. Okay, aber wir haben beginnen und so alles. Und hier möchte ich auch noch zeigen, das kennen Sie, genau diese Beispiele habe ich Ihnen zuerst gezeigt, die waren in der Kompaktausgabe und im Übungsbuch sind sie wieder drinnen, nur halt ein bisschen ungeändert, ein bisschen andere Zeichnung, andere Masse, aber genau das ist in der Kompaktausgabe auch vorhanden. Und hier genauso, hier sind es schwierige Sachen, ein größerer Plan, einfach aufwendiger das Ganze. Okay, jetzt sind wir bei dem Punkt, der uns ein bisschen Gedanken gemacht hat und wo lange die Frage war, was machen wir mit der Kompaktausgabe, deswegen gibt es jetzt 10 bis 15 Jahre und plötzlich haben wir folgendes Problem. Es fehlen die schwierigen Beispiele. Aus diesem Grund ist die Kompaktausgabe, die bis jetzt in der Schulbuchliste drinnen war, die bis jetzt approbiert war, die bis jetzt über die Schulbuchliste bestellt werden konnte, aus diesem Grund können wir sie in die Schulbuchliste nicht mehr hineingeben. Das gilt für alle Bücher, egal ob Mathematik oder ein anderes Fach, die für Kinder sind, die sich schwer tun. Das ist so. Auf vielfachen Wunsch, eigentlich und nur aus dem Grund, wirklich auf vielfachen Wunsch, haben wir gesagt, wir bieten sie trotzdem an, weil viele trotzdem damit arbeiten wollen oder die, die damit gearbeitet haben, die auf jeden Fall das Buch weiterverwenden wollen. Und aus diesem Grund haben wir uns was überlegt dazu. Genau, das ist vielleicht eine gute Idee, wie Sie sich das so notieren. Da es keine Approbation gibt, müssen die Bücher direkt beim Händler bestellt werden. Am besten beim Schulbuchhändler, der die Bücher liefert. Ich muss entweder hingehen oder mit dem Kontakt aufnehmen und sagen, genauso auch zum Schulschluss. Ich brauche so und so viele Exemplare dieser Kompaktausgabe. Dann können die Schulbücher, und ich muss dem Händler sofort mit teilen, dass er über Unterrichtsmittel eigener Wahl abrechnet. Und falls das für Sie nicht bekannt ist, dieser Ausdruck Unterrichtsmittel eigener Wahl, diejenige Person, die die Schulbücher bei euch macht, die kennen sich aus. Denn ein gewisser Geldbetrag wird immer über Unterrichtsmittel eigener Wahl abgerechnet. Und dann funktioniert das eben so, dass ich den Händler mitteile, dass das da abgerechnet wird. Zu Schulbeginn kommt die Lieferung dieser Bücher. Es wird ein Lieferschein mitgeschickt. Der Lieferschein bekommt einen Schulstempel und Unterschrift. Manchen Schulen unterschreibt das die Direktion. In vielen Schulen machen das die Lehrer oder eben derjenige, der über fünf Schulbücher zuständig ist. Der Lieferschein wird dann an den Händler entweder persönlich zurückgebracht oder zurückgefasst, wie das halt üblich ist. Und der Händler rechnet dann so wie bei allen anderen Unterrichtsmitteln eigener Wahl mit dem Finanzamt ab. Einziger Punkt, bitte aufpassen zum Schulschluss. Wenn Sie wissen, Sie wollen jetzt 20 Exemplare Kompaktausgabe. Schauen Sie sich bitte den Preis an. Und achten Sie darauf, wenn die Schulbuchbestellung fertig ist, dass diese Geldmenge übrig ist. Dass genug Geld für die Schulbücher übrig sind. An sich müsste es ja übrig sein. Denn wenn Sie zum Beispiel statt Mathematik eben die Kompaktausgabe verwenden, fällt ja das Geld dafür weg. Und es ist ja dann doch wieder vorhanden. Also das dürfte an sich kein Problem sein. Es geht immer nur darum zu schauen, es muss wirklich dann das Geld übrig bleiben. Und mit dem Händler dann auch sagen, meistens in der ersten Schulwoche, bei uns war es immer Mittwoch oder Donnerstag, haben wir dann abgerechnet. Dann weiß man, wie viel Geld dann eben noch übrig ist, gibt diesen Betrag hinein in Unterrichtsmitteln eigener Wahl. Und in dem Moment, wo der Betrag drinnen ist in Unterrichtsmitteln eigener Wahl, das ist nur ein Klick im System, in dem Moment kann der Händler mit dem Finanzamt abrechnen. Wenn vergessen wird, werden sie eh vom Händler erinnert. Also die melden sich dann schon. Das ist jetzt leider Gottes so. Und es ist aber trotzdem eben so gewesen, dass so vielen dieses Buch, die es schon verwendet haben, so wichtig waren, dass sie es weiterverwendet haben. Ja, ich kann mich schauern, weil es heuer schon nicht mehr begangen ist. Und ich bin Integrationssehrerin und es war perfekt. Ja, genau, richtig. Es ist für Kinder dieses Schwertum. Es ist für Kinder, die ja eigentlich wirklich irgendwann vielleicht wieder am Ende einen MMS-Anschluss schaffen könnten. War das das ideale Buch? Ja, und es ist auch für Flüchtlingskinder ideal. Das ist noch Schwertum in der deutschen Sprache. Für alle Kinder, die nicht wirklich besonders gut Deutsch können, ist dieses Buch gut, weil einfach die Komplexität dieser schwierigen Beispiele, weil das einfach wegfällt, weil ich einfach ein Buch habe, wo alles drinnen ist und wo eben nicht zu viel drinnen ist. Ja, und dass das einfach so gut aufgebaut ist, ja. Also ich habe mit dem Buch auch ziemlich lange gearbeitet und alle meine Arbeitskollegen zuerst haben das Buch angeschafft, also in Wien war das, ja. Und dann zuerst haben sie gesagt, naja, das ist halt zu leicht, aber dann sukzessiv ist eine Klasse, nach der anderen haben sie, und jetzt arbeitet die ganze Schule, ich habe die Schule leider schon gelassen. Aber sie arbeiten immer noch mit dem Buch, ich weiß es nicht, wie das weitergehen wird, wenn ich sage, dass sie sich... Ja, wenn sie vielleicht Kontakt aufnehmen können oder wollen und ihnen mitteilen, vielleicht wenn sie sich da ein Foto machen wollen und ihnen mitteilen, wie das funktioniert. Es ist halt ein bisschen eine Rechenaufgabe, ich muss einmal schauen, wie viele Bücher brauche ich, ich muss mir ausrechnen, wie viel Geld muss ich zurückbehalten, damit ich dann dieses Geld für die Unterrichtsmittel eigener Wahl verwenden kann. Das ist eben der einzige Punkt in dem Ganzen, worüber wir sehr traurig sind, dass eben gerade so schöne Bücher dann leider nicht mehr... Aber das Übungsbuch, das haben Sie auch mitgeschrieben? Da habe ich, hier habe ich die leichte Seite, das habe ich jetzt... Ja, man muss gar... Ach, die mit rechts und links, das ist nicht so ganz klar. Also wir haben das immer verwendet für die Übung für die Schularbeit? Zum Beispiel. Und zum Beispiel war das immer so gut, weil die leichten, also die leichten Seiten haben halt so alle machen müssen und die schwierigen Seiten halt so die besseren Schüler. Und man kann auch nicht sagen, das war alles so leicht, das war auch nicht so ohne. Also im Prinzip, die Aufgaben fand ich auch super. Ja, das ist gerade bei Kindern, die sich schwer tun, ist diese Kombination mit diesen beiden Büchern nicht so schlecht, weil man ja doch dann immer wieder den Besseren über das Übungsbuch vielleicht doch dann immer wieder Anregungen geben kann, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr heraus holt und sie dann vielleicht doch ein bisschen mehr vorgern kann mit dieser Kombination. Okay. Und gibt es jetzt das E-Book auch schaffen oder nicht? Schauen wir mal? Nein, das gab es nicht als E-Book. Eigentlich auch aus dem Grund, weil einfach die Kinder doch mit verschiedenen Sachen dann wieder doch überfordert sind. Ja, genau. Das E-Book gibt es schon, aber das E-Book Plus mit den interaktiven Übungen gibt es nur verschwunden. Okay, gut. Danke. Danke. Ich bin froh an der Schiff. Bei diesen organisatorischen Sachen. Okay. Ja, Vorteile sind eben, alle Beispiele sind bewältigbar. Das Erstellen der Arbeitsblätter kann reduziert werden und für die Kinder ist es dann einfach leichter. Weniger Arbeitsmaterialien bedeutet natürlich dann auch mehr Ordnung. Und sie haben ein Buch, wo sie wirklich alles machen können. Und was mich so gestört hat eben, warum dieser Gedanke gekommen ist, dieses Buch zu schreiben, war der, dass ich mir gedacht habe, die schleppen das so in den Schmöker jeden Tag mit sich herum. Und von diesem Schmöker, den sie dann mit sich herumschleppen müssen, können sie gerade einmal vielleicht ein Drittel machen. Und zwei Drittel schleppen sie an Material, an Gewicht, an Inhalten, an Herumblättern, an Suchen mit sich herum, mit dem sie nichts anfangen können. Und hier habe ich ein Buch, wo ich wirklich das ganze Buch in irgendeiner Form verwenden kann und wo ich nicht so viele unnötige Sachen mit mir herumschleppe. Und das war auch der Gedanke, wo ich mir gedacht habe, ich will etwas, wo Kinder, die sich schwer tun, auch eine gewisse Wertigkeit erfahren. Dass man sagt, die laufen nicht nebenbei, die sind auch viel wert und darum machen wir etwas für sie. Und darum haben wir irgendwie gesagt, auch wenn das Ministerium jetzt vielleicht anderer Meinung ist, wir bieten es an und wir würden Ihnen gerne weiterhin trotzdem damit eine Freude bereiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.